Hallo Deo! Heute spielen wir wieder Minecraft. Ich muss noch die Autobahn weiter bauen. Ich glaube wir sind Folge 61, wenn mich nicht täuschen, ich weiß nicht. Aber wir haben ja nicht mehr so viel Stein. Ich muss noch zu meinem anderen Haus gehen und dort ein bisschen Stein fahren. Und jetzt fahren wir gerade weiter unsere Autobahn. Let's go! Wir sind schon weit gekommen. So. Ich habe nur noch 28 und mehr habe ich auch nicht gefunden in dieser Höhle. Das ist blöd. Okay, weiter geht's. Okay. So. Jetzt. Drei. 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 Ich muss jetzt noch in die andere Höhle reingehen, weil dort hat es ganz viel von diesem. Nein, da unten hat es nichts. Aber mit der Autobahn sind wir schon weit gekommen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon ein weiter Weg bis hierhin. Immer durch das Wasser und durch das Boot. Fahren kann ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob man links und rechts steuert. Egal, da mache ich ja eine Autobahn, die viel schneller geht, als mit dem Boot hier hinzufahren. Let's go! Schnell schlafen gehen und dann in die Höhle. Let's go! Wollen wir noch etwas nehmen? Ich nehme noch eine Spitzhacke mit. Vielleicht nehmen wir ganz viel von diesem mit. Let's go! Man sieht doch das dort, ja. Man sieht's. Okay. 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 Ich nehme noch etwas. Ich nehme noch einen Satz. Dann sage ich jetzt wieder wie ein Bein. Dann denke ich euch das. Ich nehme die Höhle. Nichts. Ich nehme mich, mit dem vorherigen. Ist doch das gleiche, oder? Ja, das ist das gleiche. Ich habe schon gedacht, das ist nicht das gleiche. Das wäre blöd gewesen. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Das ist gar nicht Farm-Episode gewesen. Das ist gar nicht Farm-Episode gewesen. Weil ich nur etwa fast ein Stack hatte. Aber jetzt kann ich da ganz viele Stacks mitnehmen. Das ist jetzt die Farm-Episode. Das ist jetzt so die Farm-Episode. Das ist nicht das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist nicht das gleiche. Das ist das gleiche. Das ist nicht das gleiche. Soll ich, das gleiche. Ich habe schon gesagt, das ist dass wir das gleiche. so jetzt habe ich mehr als zwei stecks und ein halbes so jetzt bin ich für das hingekommen dann 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 Okay, jetzt habe ich drei Stacks. Das müsste reichen, oder? Drei Stacks. So. So. das ist jetzt so eine farm episode an drei stecks kommen das vermisst erreichen oder ich finde es reicht ok weiter geht es so ich denke so sicher zwei episoden haben die autobahn fertig es geht dann nur bis da und dann hoch kann ich eine treppe bauen ja hoch bei euch dann die ersten ist fertig und dann mache ich eine ganz große treppe so so Vielen Dank. Ich mache schnell etwas so. Wir waren schon... Wir sind jetzt lange Farben gehengangen. Habe ich schnell geschlafen und dann jetzt weiter. Ich nehme mal nicht drei Sticks mit. Ich behalte mal ein Sticks in der Truhe. Dann haben wir eine sichere Basis. So, gehen wir jetzt schaffen, bei der Autobahn weiterzubauen. Dann baue ich so vorne, wo es nicht mehr gerade hoch geht, dort wo es hoch geht, der Weg hoch, und dort baue ich dann eine ganz große Autostritte. So, eine ganz große Dritteband. So, eins, zwei. Okay. 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 Und zwei, drei, drei. Vielen Dank. Okay, topic 1, 2, 3. Okay. Okay. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So. Okay. 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 Jetzt haben wir schon 1 Deck gebraucht. So. Dann bring ich noch die rein. So. So. Jetzt sind wir schon weit gekommen. Und ich denke da. 1 Deck reicht vielleicht noch bis dort hinten. Bis der Wald aufhört. Und dann denke ich brauche noch 1 Deck. Und dann. Ich denke so in 2 Folgen sind wir mit der Autobahn fertig. Aber das war's von dieser Folge. Ich glaube 61. Wenn ich nicht täusche 61. So. Das war's von dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Okay. Tschüss. Tschau.